Wir begrüßen euch hier im dritten Stock des Marienparks in Nordhorn. Und natürlich könnt ihr die Wohnung auch über den Fahrstuhl erreichen. Durch den Eingangsbereich mit Garderobe gelangt ihr in die geräumige Essküche. Die moderne Einbauküche ist selbstverständlich im Preis enthalten. Natürlich gelangt ihr von der Küche aus direkt auf die Lodger. Aber selbstverständlich gelangt ihr auch aus dem Wohnzimmer direkt nach draußen. Das Badezimmer ist großzügig gestaltet. Es verfügt über ein Handwaschbecken, eine Bodentiefe Dusche, WC und Anschlussmöglichkeiten für Waschmaschine und Trockner. Das Dachgeschoss wurde komplett ausgebaut und ist über eine feste Treppe erreichbar. Hier ist das Schlafzimmer untergebracht. Wenn ihr Interesse an der Wohnung habt, dann schickt uns einfach eine E-Mail mit euren Daten. Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.